Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die Transfer News des letzten Deadline Days Tages im Schnelldurchlauf. Welcher Verein hat sich bis auf der letzten Minute noch mächtig verstärkt? Schreibt mal gerne in den Kommentaren, wie ihr findet, wie euer Verein dieses Jahr bei der Transferphase mitgemacht hat. Findet ihr die Transfers von eurem Verein gut oder findet ihr, man hätte vielleicht noch mehr oder bessere Spieler geholt hätten? Sonst vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, um kein Video mehr zu verpassen. Jetzt fangen wir einfach mal an. Los geht's! Auf den letzten Drücker hat sich der FC Liverpool doch noch in der Verteidigung verstärkt. Die Reds verpflichten Ozan Kabak vom bald zwei-ligisten Schalke 04. Der Innenverteidiger wird dabei zunächst für ein halbes Jahr ausgeliehen, ehe im Sommer eine Kaufoption für die Reds besteht. Dann soll nochmal eine Ablöse um die 20 Millionen Euro fließen. Der Ex-Mainzer Yunus Mali wechselt ablösefrei vom VfL Wolfsburg zum türkischen Fußballverein Trabzonspor. In der Türkei erhofft sich Mali mehr Spielzeit, als er in Wolfsburg hatte. Bisher konnte Yunus Mali in dieser Saison insgesamt nur drei Minuten für den VfL Wolfsburg in der ersten Bundesliga spielen. Da erhofft sich der 28-jährige Deutsch-Türke mehr Spielzeit in Trabzonspor. Der amtierende dänische Meister der FC Mütiland verstärkt sich in der linken Verteidigung und verpflichtet Ailton vom VfB Stuttgart ablösefrei. Anthony Modest sagt zum zweiten Mal Tschüss zum FC. Der französische Mittelstürmer wird bis zum Saisonende am A. Saint-Étienne ausgeliehen. Eine Kaufoption gibt es nicht. Durch diese Laie spart der 1. FC Köln die Gehaltskosten von rund 1 Mio. Euro, die der Großverdiener Modest beim 1. FC Köln verdient hat. Im zentralen Mittelfeld hat sich der FC Augsburg per Laie verstärkt. Der slowakische Mittelfeldspieler Laszlo Benest wird vom VfL Borussia Mönchengladbach am FC Augsburg ausgeliehen. Auch ausgeliehen wird Felix Götze zum 1. FC Kaiserslautern in die dritte Fußballliga. Dort soll der kleine Bruder vom WM-Torschütze Mario Götze den rot-weißen Teufel vor dem Abstieg bewahren. Ausgeliehen wird der 20-jährige Mittelstürmer Sebastian Müller vom Bundesligas Arminia Bielefeld zum Zweitligas VfL Osnabrück. Der aktuell in der dritten Liga spielende Hallesche FC verstärkt sich im Tor und leiht den 18-jährigen Torwart Tim Schreiber vom Red Bull Leipzig aus. Der FC Bayern München gibt Stürmer Joshua Zirxe auf Leihbasis an Parma Kaltjo ab. Karl-Heinz Rummenigge bestätigt die Höhe der Kaufoption und hält eine Zukunft des Niederländers bei den deutschen Rekordmeister FC Bayern München für unwahrscheinlich. Wie er bei Sky bestätigte, wird die Kaufoption bei 15 Millionen Euro betragen. Der 18-jährige Mittelstürmer Ruta wechselt für 500.000 Euro vom französischen Erstligastortrennen zum Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Hertha hat in Marseille zugeschlagen und leiht den 24-jährigen Linksaußenspieler bis Saisonende aus. Die Leihgebühr für Nemanja Radojic liegt bei 250.000 Euro. Union verstärkt sich in der Offensive und leiht Peter Musa vom Slavia Prag bis Saisonende aus. Die Leihgebühr liegt hier bei 200.000 Euro. Skotran Mustafi wechselt am Letztransfertag zum FC Schalke 04. Die Knappen reagierten damit auf den kurzfristigen Abgang von Ozan Kabak, den es zum FC Liverpool zieht. Der 28-jährige Weltmeister von 2014 hat seinen Vertrag beim FC Arsenal aufgelöst und ist dementsprechend ablösefrei zu haben. Schalke reagiert damit auf die Lücke, die der Wechsel von Kabak gerissen hat. Mustafi unterschreibt zunächst einmal einen Vertrag bis zum Saisonende. Der 27-jährige Mittelstürmer Robert Glatzel wechselt per Laie von Cardiff City zu den 05ern. Die Arminia aus Bielefeld bedient sich beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht und leiht den 23-jährigen Mittelfeldspieler Michael Flapp bis Saisonende aus. Und zu guter Letzt, der letzte Transfer für das heutige Video, leiht die TSG Hoffenheim den 20-jährigen US-amerikanischen Innenverteidigertalent Chris Richards bis Saisonende aus. Das waren alle Transfers der gestrigen letzten Deadlight Day Tages. Was sind eure Lieblingstransfers? Wie hat euer Verein reagiert? Schreibt es gerne in den Kommentaren. Das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Das war es mit dem Video.